ARD Text im Auftrag von Funk 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 Tja, 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 tja. Ich bin mir gefühlt. Ich bin mir gefühlt. Ja, wie kann ich das gut geklaut werden? Ich komm jetzt her. Ich muss hier mal. Wir machen es. Wir haben es geschafft. So, das ist ein schönes Wettbewerb, oder? So, komm mal. Sollt ihr euch schon mal raus? Was ist denn, wie ich die zu machen? Auf die Fresse. Ja? Gibt's denn gerne? Ich steck schon mal richtig los, du kleine Drecksau! Guck mal in die Kamera! Geht ja nicht, ich seh die Story mal aus! Komm, such uns und guck! Ich bin blind, ich bin blind! Ah, 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 ah! Ich bliege alle mal, komm! Ich geh rüber, ja? Weiter hin! Nee! Du zeigst deine Uhr, oder? Was ist die Uhrzeit? Warum sehe ich nicht bei den Zeit? Ich mag immer sehen! Ich weiß nicht, wie man sieht. Hallo! Was haben wir denn, die Uhrzeit der Reis? Ja, zwei Monate. Ja, ha, ha, ha! Ja, ha, ha, ha! Was ist denn die Uhrzeit? Dein Schlampe, bitte runter, bitte runter! Wir sind nur die Zeit, ich fange mal aus! Wir haben jetzt erst die Glööse, das Beste! Hier! Haube und Unser! Ich habe noch Wotten, ja! In der Kommenzeit, hier ist das richtig, schlange, was wir ja an Google gestellt haben! Komme Tetsch! Sie geht gerade nicht und und oder was? Ich wollte angehören, ne? Hol' die Nivea, sagst du dazu! Gepöger hier nicht, hast du gesehen! Gelächter, alle sind bereit! Was hast du gesagt? Die hat eine Falle, die macht sie kriegen! Ja, ich bin mein sorry Sparrow, das sind wir in die ca. Was? Jetzt komm! Schau mal dir aber hier! Schau nach oben! Okay, wer ist jetzt? Lass es bitte! Lass es bitte! So, wir haben geschafft! Gedannte für Statement! Mein Gott, ich dachte, du bist ja okay! Wieder auf der Musik gelandet! Was gelandet? Eine Biene! So, wir backen rot! Mein Haus ist zart dafür! Wir haben natürlich die nächste Folge wieder einen Comment Catch dabei! So, warum geht es da? Wir sagen jetzt einfach Backpfeifen, das ist ein bisschen lahmarschig Deswegen machen wir es so, wir gehen ein bisschen auf die Trinkeebene Mach ich gerne! Was heißt, pro 100 Kommentare trinkt ihr mir die 1 Liter Milch? Das heißt, du müssen ausrechnen, so 400 Kommentare Ja, der Benni seine 4 Liter Milch am Stück Ja, wird lecker Benni, ne? Ja, wie gesagt! BAM! Ist nicht erlaubt! Ihr dürft nochmal einen Kommentar schreiben! Und einen Kommentar dazu! So, also das ist das neue Comment Catch! Die Aufgabe ist, pro 100 Kommentare trinkt ihr mir die 1 Liter Milch! Du kennst aus wie so ein schwuler Tänzer! Ja, du siehst auch jetzt aus wie ein schwuler Tänzer! Ich bin verkleidet! BAM! 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 Setschisch hin! Setschisch neben mir. Sonst klaut ihr waltisch! Wer sich gedacht hat, meine Fresse ich will die beiden voll Eiersch auch nochmal in Wirklichkeit treffen, Ihr konntet es entweder auf den Gamescom machen oder wer zuvor war, hinzufahren oder beschäftigt war, Battle 4.3 zu zocken, der hat es nicht gesehen, war dabei da. Deswegen gibt es am 08.10, da unten ist aber alles selber nicht auf unserem schönen Design eingeblendet, für euch die Chance uns zu treffen, nicht nur uns. Genau, auch so wie es aussieht, kommt Klickzoom, Aouchi kennt ihr auch bestimmt, relativ Benni. Ja, wir wollen euch auch mal treffen, wir wollen euch auch mal kennenlernen, wir wollen ja wissen, welche Idioten sich unsere Videos angucken. Am 08.10 ist dann um 15 Uhr, Düsseldorf Hauptbahnhof. Ja, es ist ein Samstag, Düsseldorf Hauptbahnhof und von da aus schauen wir mal was wir machen. Ich denke mal, wir treffen uns oder gehen jetzt mal zu McDonalds oder stürmen an den Hauptbahnhof, müssen wir mal was wir machen, aber uns wird schon was einfallen, denk ich mal. Ihr werdet dann sowieso nach seiner Verlauf nicht machen. Zur Not gehen wir dann zu den Tabletains Bar am Hauptbahnhof, kann man ja alles machen, ist ja kein Problem. Wo du da reinkommst, weiß ich nicht, aber ich schaff das schon, ich bring dich da schon rein. Es gibt eine Facebook-Gruppe, da müsst ihr nur in der Information drinnen, unten draufklicken und eher in der Info ist. Es ist keine Veranstaltung wie normal bei Facebook, da ist eine Like-Gruppe, müsst ihr liken, dass ihr dabei seid, wenn ihr nicht, dann like bitte nicht. Bis dahin, uns hat es sehr viel Spaß gemacht, diese Folge zu drehen. Ja genau, jetzt warst du wieder mit der Twintv21. Twintv21 kommt auch jetzt bald, wir möchten die Videos hinterher schalten. Was wir noch haben, wir haben jetzt extra für euch bei Facebook eine App gemacht, die steht auch in der Informationsbox, die müsst ihr ganz normal aufklicken und die könnt ihr auch subsriben. Werbung. 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 Ja, heutzutage steht das YouTube als Werbung. Wer möchte mich aber von der Distanzieren. Ich interessiere mich nicht, ich gehe da voll rein. Wir bedanken uns für die fehlende Aufmerksamkeit und hoffen, wir haben uns jetzt von der Außenseite beworben, weil du bist YouTube, vielleicht auch mal was. Und von daher, das war's schon, vielen Dank fürs Gucken. Mach's gut. Und jetzt gibt es den Leuten meinen Hundeblick jetzt nur zu abonnieren, okay Schatz? Und zwar jetzt.